So hier ist doch auch immer so ein Kotzel-Heiniger. So, da bleibt dann unser zweiter Kotzel-Heiniger. So, da bleibt dann unser zweiter Kotzel-Heiniger. Das ist nicht der Drohne, der ich suche. So, da bleibt dann unser zweiter Kotzel-Heiniger. Jetzt kommt er. Ich mag den noch ein bisschen her hochkommen. Oder ich versuche mir in einem großen Grab mal. Okay. 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 Ui, sogar mit Quit Wer hat mich gehört? Und warum? ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. Jetzt wird es Spaß gemacht. Bye! Call me. You did good. Äh Warte, das spielt ja ein bisschen Hm, Grissorland Mh mh Da kommt jetzt was Der Eier hat gepullt, oh man Der Eier hat gepullt Mh 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 Was ist das? Oh Kann ich immer noch putzeln, das ist sehr gut Moment, das halte ich vielleicht doch nochmal Ähm showers ko T T T T T T Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 60% bitte? 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 60% bitte? 61% bitte? 52% bitte? 53%? 73%? 74%? Ich habe da noch eine Granade in der Hand, ich fasse es ja nicht Ich habe mich jetzt mal Oh, das gefällt mir so gar nicht. Dass der da so dumm steht. Oh, das gefällt mir so gar nicht. Oh, das? Hört, hört man das? Ja, auf den runter. So, dann haben wir den nämlich mal unten. So, dann kommt es wieder an. So, dann kommt es wieder an. So, dann kommt es wieder an. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ah. Oh. Oh, ja, ja. Ah. 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 Was wollen wir jetzt mal das Ei da hin? Oh, no! Okay. Okay, so jetzt müsste er wahrscheinlich gleich wieder Ehm... Lassen wir das hier rück So, so dass wir zumindest mit der Alze So, so So, so So, so Oh man, jetzt macht er auf jeden Fall noch ein Zeugner So, so So, so 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 Das war's. Ich glaube, das wird ein Teil das Problem. Ich glaube, das war's. Ich muss sich aber schnell hier durch. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Moment mal, der explodiert ja gleich wieder. Oh, wir haben noch einen Baumfreund. Uiuiui. Uiuiui. Befürchte? Das wird nochmal in irgendeiner Form schief gehen gerade. Ist ein bisschen viel gepullt. Ich glaube, das war's. Nicht da runtersteigen. Ach, komm. Also entweder ist das jetzt garantiert schief oder es geht gut. Das Special lebe ich mir mal auf, was da auch immer danach noch kommt. Ich glaube, das war's. 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 Um間 der Strauch ist tollen. Der caught du Nacht, baby. Die Wissenschaftler hat einen Mutant-Tree gegründet, der sich die Toxin in der Luft gegründet hat. Ein Letztes-Dich-Effort, um die Angelegenheit der Angelegenheit zu verbreiten. Was die Älder nicht wissen, war, als seine Wissenschaftler gegründet haben, Jyko bleibt. Evolving, um ihre Rüste durch die Zone zu verbreiten, ihre Mission immer in der Tat. Sie identifizierte Toxin als Mutants und Ghouls, damit sie uns verbreiten hat. Wir verbreiten von allem, was uns Menschen gemacht hat. Jyko war ein Mutant, created by die Älder, wie wir. Ich schraub meine Füße durch den Monitor. Wir brauchen die Älder nicht mehr. Wir haben uns. Wir brauchen die Älder nicht mehr. Die Vögel rüben. Die Päuble sind weg. Wir zurückkommen zur Älder. Und die Angelegenheiten schreien unseren Rival. Wir bekommen die Hero-Treatment, die Dux immer geplant haben. Und für die erste Mal in meiner Leben, ich fühle mich wie ein Hero. 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 Ich fühle mich, ich muss mich über die Verantwortung für meine Leben. Die Ender glücklich sind mit den Angelegenheiten. Aber neue Beginnungen leben mit uns. Die Dwellers des Arkes. Was immer die Zone an uns verbreitet, werden wir bereit sein. Wir halten die Menschheit allein. Ein Grund. Manchmal schaue ich nach den Nachtschuhen und schaue ich, ob Ingmar Edison uns beantragt hat. Ja, wir haben das Addon durch. Okay, ähm, abschließend so war das zum Kampf. Das war alles andere als so geplant. Ähm, aber ich glaube, das war eines Finales würdig. Immerhin mit, ja, immerhin mit einem Pull sozusagen irgendwie die Dreiviertel-Smack gepullt. Und das auch noch überstanden mit allen verfügbaren Mitteln, die wir hatten. Auch ein bisschen Glück dabei, die 50% Mine-Control auf den Panzer da, das war schon alles andere als unglücklich. Ja, ich glaube, damit kommen wir tatsächlich zum Ende von unserem Let's Play von Mutantia Zero. Ähm, ich hatte echt viel Spaß beim Spielen des Spiels. Und ich hoffe, ihr hattet auch halbwegs ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ähm, ja, die Credits sind, denke ich mal, durchaus verdient. Aber, wieder ein Spiel mehr abgeschlossen. Gut, ich denke, die Credits haben wir ja schon mal gesehen beim Hauptspiel. Brech die mal kurz ab. Ja, okay, damit, wir kommen wieder zurück auf den Hauptbildschirm. Und damit ist das Spiel tatsächlich beendet. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alles gemacht, was es in dem Spiel zu machen gab. Ähm, ein einzelnes Artefakt und eine Notiz haben wir, glaube ich, nicht gefunden. Das Artefakt, ähm, könnte bei dem Nuxt drin gewesen sein. Könnte. Äh, werden wir allerdings nicht mehr so schnell erfahren. Die Notiz, keine Ahnung, wie ich die übersehen habe. Vielleicht auch für das letzte Map, wir hatten da deshalb noch ein paar Sachen zum Looten, die ich grundsätzlich halt, ähm, nicht mehr dazugekommen bin, jetzt da noch, noch zu holen. Eben, weil eben der Endkampf sich dann mit dem einen Pull komplett erstreckt hat. Ja, was gibt's zu sagen? super gutes Spiel. Äh, hatte ich schon lange auf der Agenda. Allerdings halt nie, bevor ich es gespielt habe, eigentlich nie wirklich geguckt, wie im Detail sich das spielt. Ich hatte echt ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr XCOM im Hintergedanken. Äh, es hat sich dann positiverweise nicht wie XCOM gespielt. Außer jetzt halt die Kämpfe, aber, die, das war ja so zu erwarten. Ähm, ja, war sehr cool. Gut, zum Thema XCOM, äh, jetzt vor kurzem ist das neue, ja, dieser Spin-Off rausgekommen. Vielleicht ist das noch ein Projekt, was wir in Zukunft noch machen. Ich hab auch noch das ein oder andere so in der Hinterhand, was ich noch spielen möchte. Äh, an der Stelle würde ich sagen, lasst euch überraschen. Und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Joa, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.